Willkommen bei SEVEN 2D Der einsame Dache Folge 1 Mal gucken wie wir hier übernehmen Schöne verstecken Ja Wir spielen also Die einfachste Stufe Das ändere ich Auch noch Aber zum Anfang Ist das Die beste Möglichkeit Wir sind im verwandten Biom Nicht der Beste Startort Einspiel Die Taktik Noch in halben Stunde Wie das so funktioniert Das ist Der nicht die ganzen Bäume ich jetzt komplett aufhauen, ich kann sie ein bisschen kurz schnell holen und dann gucken wir jetzt mal hoch wie wir uns, wie ihr eh jetzt gesagt, schützen so, ich bin jetzt so schnell auf die Flucht das ist so gut ich spiele es hier ich will vergessen, zwei Steine zu treffen schnell ein paar Steine nach Blöten hm, tut kurz oh So ist das ... 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 So weiter schlaue, weiter schlaue da muss schon er noch zwei Weh! Oh, hoh, wassit? Gut. Rasen. Hm. Oh, nicht da die Beste. Mal gucken, wo wir es verstecken. Oh, nicht da die Flucht. Oh, kuck mal, kuck mal, kuck mal. Oh! 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 What's that? Oh! 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 Ein Schösser. Oh, das ist ja so gut. Hier ist auch ein Spiders. So Jetzt muss dann eben Im Zyklus von 18 Stunden. Geht's schon, ne? 18 Stunden, klar. So, jetzt wird nächst dich. Was ist denn? Ja? Ich sag mal bis zum nächsten Mal. Auf meiner großen Suche. Tschüss.